So, liebe Kampfsportfreunde, es gibt noch etwas zu gewinnen. Wir haben unseren tollen Sponsor hier, pride-sports.com und diese Handschuhe hier zusammen mit Thomas Pötz, Präsident BDB. Ja, was wir wissen wollen ist, wann wurde der BDB gegründet? Schickt uns eine Mail, zum Beispiel auf info at ringsprecher.com oder auf Instagram der underscore Ringsprecher einfach die Antwort schicken und wir machen eine zufällige Verlosung unter den ersten 100, die eingehen. Haut rein! Okay. Ja, genau. Bäm!